Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 9. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 966. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Sumi, Nine Tech, EU-Kommission, Fitness Plus, MWC und LMP. Ganz viele Abkürzungen irgendwie. Also zumindest zwei. Drei, genau. Mit der ersten beginne ich gleich. Susumi, das wird den älteren Mac-Nutzern, Apple-Nutzern, genauer gesagt Macintosh-Nutzern vielleicht noch ein Begriff sein. Das war einer der System-Täune, der BIM gemacht hat. Oder ein bisschen anders, ein Xylophon-Klang war es auf jeden Fall. Da gibt es eine schöne Geschichte. Der Jim Rekers ist ein Apple-Mitarbeiter von 1988 bis 1999. Der diverse dieser Sound oder die Systemklänge gedesignt hat, hat die Geschichte dahinter erzählt. Das hat was mit den Beatles zu tun und dem Rechtsstreit, den Apple damals hatte, wo man sich verpflichtet hat, dass man nie etwas in Richtung Musik machen wird oder nicht etwas in Musik machen wird. Und somit hiess dann der System-Ton auch nicht, auch nicht Let it Beep, sondern eben so Sumi, was so viel heisst wie Verklag mich doch. Also Apple war damals relativ rebellisch unterwegs. Niantic, der Entwickler hinter Pokémon Go und wie hieß das andere nochmals? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten interessiert es euch nicht. Die haben jetzt zusammengespannt und zwar mit Microsoft und deren neuen Plattform, die sich Mesh nennt. Was ein sehr spezieller Name ist für das, was sie da zusammenfassen. Aber da können wir in der grossen News-Folge diese Woche mal ein bisschen mehr darüber quatschen. Und die beiden, wie gesagt, spannen jetzt zusammen und Microsoft kann somit auf die Daten und vor allem auf die AR-Funktionalitäten, die AR-Geschichten, das Know-how von ihnen zurückgreifen. Und Niantic bekommt da sicherlich die eine oder andere Million oder noch viel mehr an Währungseinheiten rübergespielt. Auch Währungseinheiten dürfen endlich fallen im Bereich von Bethida und der ganzen Zenimax Media Übernahme, die Microsoft ja angestrebt hat am Ende letzten Jahres, so im Herbst letzten Jahres, 6,24 Milliarden Euro hat das Ganze gekostet. Und jetzt hat auch der letzte durchgewunken, das war nämlich die EU-Kommission. Das heisst, ja, die ganzen Spiele dürfen jetzt offiziell auch bei Microsoft unter Vertrag gehen oder unter das Dach gehen und dann auch im Spiele-Abo da mit reinkommen. Das, was finde ich dann wieder extrem interessant. Dann gab es einen Blick hinter die Kulissen von Apple Fitness Plus. Das, was es aktuell erst hier in Amerika gibt. Da ist ein dreistöckiges Gebäude, was Apple da belegt mit den ganzen Fitness-Studios, die sie haben. Denn die ganzen Trainer werden permanent von sieben Kameras ausgeleuchtet, angestrahlt. Und was da alles dahinter ist, klingt nach einer ziemlich grossen Geschichte. Und Apple ist da anscheinend auch schon seit ein paar Jahren dran, wie man das richtig aufzieht. Und ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel in dem Bereich hören. Auch bei nächsten Produkten, die dann kommen oder Produkt-Updates. Produkt-Updates werden vielfach am Mobile World Kongress angekündigt, welcher normalerweise im Februar, März, so rum Anfang des Jahres in Barcelona stattfindet. Das hat sich ja dieses Jahr getauscht mit dem in Singapur. Und der Mobile World Kongress findet im Sommer statt. Und das findet in diesem Jahr wirklich, so zumindest aktueller Wissensstand, Man möchte eine ganz normale Messe machen mit bis zu 50.000 Teilnehmer. FFP2-Masken sind Pflicht. Und wer länger als drei Tage in Barcelona bleibt, darf alle 72 Stunden einen Test machen. Auch beim Einlass muss man den jeweiligen Test jeweils vorweisen können. Wie Sie das genau umsetzen werden, ich bin gespannt und werde mir das auf jeden Fall anschauen. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Videotipp. Gestern war es übrigens das Elgato-Mikrofon, worüber ich übrigens gestern, aber auch heute hier diesen Podcast einspreche. Heute geht es um einen Vertical Stand und einen Dock, was ich dazu auch nutze, das ich kurz mal angeteasert habe und angeboxt habe von LMP. Wer mag, gerne Link in den Shownotes auf daily.geektalk oder im Podcatcher eures Vertrauens. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis morgen, euer Pugipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.